Jogi, 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 Jogi Löw! Jogi, 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 Jogi Löw! Ja, ich bin nach dem Sieg gegen Schweden immer noch höchst erotisiert. Beim Freistoß von Toni sind wir als Bundestrainer vor Begeisterung sämtliche Goldfäden im Gesicht gerissen. Aber ich hab heute Morgen zum ersten Mal die Creme nicht auf die Haut, sondern eben aufs Brötchen geschmiert. Moment, wir haben gerade das Telefon. Der Mesut ruft an. Mesut, hallo! Trainer, Jogi? Ja, klar. Ich bin's, Mesut. Wo seid ihr? Ich bin hier noch im Mannschaftshotel. Du, wir sind eben dann direkt nach dem Tor und im Jubeln sind wir dann kurz ohne Duschen direkt in den Flieger zum Flughafen, bis auf unsere Büroabteilung, die dann eben noch die Schweden bepöbelt hat. Ach so, ich dachte, es wäre 1-1 ausgegangen. Ich bin nach der roten Karte von Boateng gefahren, weil du bekommst ja so schlecht ein Taxi hier nach dem Spiel und dann wollte ich direkt ins Hotel. Ne, mein Matchplan mit dem Tor in der 95 ist eben dann auch aufgegangen. Spiele ich jetzt eigentlich noch? Ich kann auch Abwehr spielen, ist kein Problem. Gestern hat ja der Rudi sich die Nase gebrochen. Ja, aber die Nase haben wir eben dann jetzt auch amputiert vom Rudi und dann eben andersrum auch wieder angenäht. Ja, klar, mit den Nasenlöchern auch nach oben. Ja, dann kann's blutet rauslaufen, also der Rudi spielt. Der Boateng ist gesperrt, der Hummels hat Rücken. Klopp. Der Platten hat, sieht eh nichts. Ich könnte auch Abwehr spielen. Ja, Mesut, dann nimm dir jetzt bitte noch ein zweites Taxi. Ja, klar. Und dann bist du eben dann auch mit ein bisschen Glück eben dann auch zum Finale gucken, auch hier bei uns in Moskau. Weil nach dem 2-1-Sieg gegen Schweden, ja klar, sind wir dann auch ein Stück weit auf die Siegerstraße wieder. Kann ich noch mal kurz nach Hause fliegen? Meinst London? In die Türkei. Und da ist nämlich heute Wahl und ich würde gerne wählen. Ah, ja, klar. Und wen wählst du, Mesut? Wer ist dein Favorite? Die Wahl ist geheim. Ich darf nicht sagen, wen ich wähle, aber er ist mein Präsident. Ah, Reinhard Grindl. Ich wusste gar nicht, dass der eben dann auch Türke ist. Dann würde ich direkt nach Kazan kommen. Da spielen wir ja am Mittwoch gegen Südkorea. Oder Nordkorea? Klar, oder Ost- oder Westkorea oder eben dann auch Mittelerde. Südkorea oder wenn wir euch in der Türkei auch sagt Mesut, äh, Samsung-Sport. Also, tschüss, mein Junge. Ja, klar, als Bundesredner muss man eben dann auch, immer mal auch die Spieler auch bei Laune halten. Aber gegen Südkorea habe ich eben dann ein Hatscht gutes Gefühl. Tschüss, macht's gut.